Den hätte ich fix nicht gehen lassen. Das ist recht, wenn wir uns da so verarschen. Alter, da hätte ich gerne die Wahl gehabt. Ob wir ihn umbringen oder nicht. Da ist natürlich wieder zu gutmütig, die Alter. Da ist wieder zu sehr gutmütig. Ich hätte einmal gesagt gehabt, wir haben sie zur nächsten Mission. Dann schauen wir, was dort dann abgeht. Ob wir da wenigstens ein bisschen mehr Informationen erhalten. Weil das wäre so ein richtiger Reinfall. Der andere ist geflohen. Und dann hätten wir sogar die Anführerin gehabt. Da meine ich, die ist jetzt auch weg. Eieieiei. Na gut, ich würde mal sagen, die Straße folgt, dass jede Markierung da her passt. Dann nehme ich mal ganz kurz die Chance mir und trinke mal was. Ich bin gespannt wegen der Mission. Wie heißt denn die Mission? Sieht man das von da aus? Nein. Nein, gib Gummi. Nein, nicht langsamer werden. Gib Gummi, Digi. Das ist eh kein Start hier. Kannst du ruhig Gas geben, oder? Scheiß auf die Festung. Haben wir eh schon, oder? Die haben wir eh schon. Ja, nein, schau. Und kippt schon wieder, und kippt schon wieder Gas. Da haben wir auch so einen Eroberungspunkt. Auf den stützen wir sich sowieso erst viel später. Das interessiert mich erst am Schluss, wenn wir den Bereich da komplett haben. Das machen wir immer so. Da stehen eh immer. Komplett. Also, der und der Bereich. Und dann steht noch komplett dazu. Nur, dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Nach der Folge. Also, du musst halt schauen, was das jetzt für eine Folge ist. Nimmst einfach die aktuellste Folge, was da drunter steht. Was denn? Ähm. Folge bla bla bla. Dies, dies und dies. Schaust in die Playlist. Aha, da ist dann Nachfolgen kommend. Wahrscheinlich du meistens immer gleich danach. Immer gleich die Welt durchsuchen. Und da steht's daneben. Warum hilft mir denn keiner? Einfach komplett unter Wort. Oder Google ist einfach. Bei jemand anderem. Bitte hilf mir. Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Wir sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so graun. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte. Ich hab ein Kind. Du musst uns helfen. Sehr komisch. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Ich glaub, die verheimlichen mir da was. Nur wegen einem Pferd? Nur wegen einem Pferd? Nur wegen einem Pferd? Nur wegen einem Pferd glaub ich das nicht. Hier trauen wir schon mal die Leiche. Ah, na moin. Ist schon hier der Typ. Na super. Oder vielleicht rieher sie noch. Ist zu viel Blut. Viel zu viel Blut. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Ja, Mann. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rad frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Alter. Top. 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 Ohne Spaß. Top. Sau geil. Also das mit der Geschichte mit der Crysis ist da so gut gemacht. So gut. Nochmal flüchtest du da fix. So gut geht's nicht, Alter. Diesmal machen wir dich fertig, Alter. Nein, nein, nein. So leicht mache ich das nicht, Alter. Wie kommt mir die nicht davon, Alter? Jetzt ist es endlich, die scheiß Jambi. Oder wenn die jetzt nochmal pflogen wäre, Alter. Ihr geht immer gleich nicht so schnell verseint. Es geht durch eine Leiche nach oben. Ja, das ist richtig. Aber da sind wir jetzt der After. Das muss man sagen, der Mann ist gestorben wegen uns, ist ein bisschen ein Arsch. Weil das wird ein bisschen ein Arsch. Und die, die wird uns das dann nicht verzeihen. Die werden uns vielleicht dann auch noch... Ich bin gespannt, ob das dann noch traumatisiert wird. Nice! Komm schon, Information, Information! Nice! Und wieder ein Kultist besiegt! Uiuiuiuiui! Ich frage mich, wieviel wir von den Dingern da jetzt noch machen müssen. Da verbessere ich den Speer. Oh, kann ich schon! Das ist gut! Zeigt mir da noch irgendwas davon? Okay, alle Hinweise, dies, des, jenes. Quest abgeschlossen. Naja, das wollt ihr wissen. Es wollt ihr wissen! Aber schade, dass das dann immer thematisiert wird.